Das Robotic Scope ist ein Visualisierungstool für die Mikrochirurgie, wo wir die Okulare und das Objektiv voneinander getrennt haben, so dass die Chirurginnen und Chirurgen die Hände immer am Patienten haben können. Die Problemstellung, die wir mit unserem Produkt lösen, ist die, dass zur Bedienung eines Operationsmikroskopes immer die Blicke von Patienten abgewandt werden müssen und die Hände dazu verwendet werden müssen, um das Mikroskop zu bedienen. Und in unserem Fall kann das alles über Head Tracking gemacht werden. Die Vision ist es, die genialsten Technologien, die es am Markt gibt, in Medizinprodukte zu bringen, um einen Fortschritt vor allem in der Usability zu gewinnen. Denn ein gutes Werkzeug bringt den Chirurgen weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017